Ja, lange schon keinen Gast mehr hier gehabt und heute habe ich jemanden hier und zwar was ganz Besonderes, wo ich mich tierisch drüber freue und zwar Ali Amir Manavi. Hervorragend, hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Wahrscheinlich der einzige Osteopath Deutschlands, der sich auch Osteopath nennen darf, denn als Heilpraktiker darfst du dich Osteopath nennen. Nee, auch nicht. Auch nicht, auch nicht. Das ist nämlich genau das System, was wir heute ansprechen werden. Wir haben gravierende Probleme, meiner Meinung nach, in unserem Gesundheitssystem, wo es nicht mehr darauf ankommt, Leute wirklich gesund zu machen, sondern möglichst lange krank zu erhalten, damit wir, oder das System, damit Geld verdient. Das ist eine gewagte Aussage, ich gebe euch recht, auch wenn der eine oder andere jetzt drüber nachdenkt, aber im Falle eines Osteopathen, und du hattest ja darüber, habe ich nämlich Ali kennengelernt, ich fand dieses Video so genial. Also auf seiner Seite müsst ihr unbedingt draufgehen. Da ging es um Osteopathie und du hast halt geredet und das war so ein schöner Monolog, aber eigentlich ein Dialog gespielt, wo es genau um die Osteopathie ging, aber dass man sich eigentlich gar nicht Osteopath nennen kann, obwohl man alles gemacht hat und gelernt hat. Genau, mein Ziel war es einfach nur mit diesem Video einfach nur aufzuzeigen, ich will jetzt das Wort Ungerechtigkeit nicht benutzen, aber es geht einfach darum, wie die Gesetzeslage auch generell in Deutschland ist. Ja, also du bist selber, wie ich, auch aus der Physiotherapie kommend, man lernt diverse Sachen und versucht dann sein Wissen weiterzuentwickeln und stößt dann irgendwann mal auf die Osteopathie. Und dann ist die Frage, wie kann ich das jetzt in meinen Alltag integrieren? Und dann kriegst du schon die ersten Hindernisse vor die Beine gestellt. Und dann merkst du, als Physiotherapeut darfst du die Osteopathie weder bewerben, noch anwenden, noch sonst irgendwas damit machen. Bist du aber Arzt oder Heilpraktiker? Darfst du dich auch nicht Osteopath nennen, weil die Osteopathie kein geschützter Berufszweig ist? Es ist aber trotz dieser nebelösen Gesetzesformulierung so, dass die Osteopathie trotzdem, obwohl es sie eigentlich nicht gibt, nur Ärzten und Heilpraktikern vorbehalten ist. Und jetzt kommt der Clou, die gesetzlichen Krankenkassen. Wenn du als Heilpraktiker eine Rechnung schreibst, wo geschlüsselt aufgeschrieben ist, was du am Patienten gemacht hast, sagen sie, oh, die osteopathischen Ziffern, die erkennen wir nicht an, sie müssten bitte nur einen Pauschalbetrag aufschreiben. Das bedeutet, als Physiotherapeut wirst du dann von den gesetzlichen Kassen anerkannt, weil die dürfen nur den Pauschalbetrag schreiben. Als Privatversicherter benötigen sie wieder die volle umfängliche Rechnungsauflistung, die sich dann nach dem Gebührenkatalog für Heilpraktiker... Also das ist totaler... Ich meine, guck in die Schweiz, das ist Nachbarland. Da darf der Patient selber entscheiden, gehe ich zum Arzt, gehe ich zum Physiotherapeuten, gehe ich zum Heilpraktiker, gehe ich zum Osteopathen. Oder zum Psychotherapeuten, whatever. Das ist aber in Deutschland so dieses hierarchiegebundene System, wo einfach kein Mensch weiß, was er eigentlich für sich machen könnte. Und er sucht immer sofort den Weg zum Arzt. Und es hört sich schon auch in unseren Videos immer so ein bisschen an, als kann der Arzt nichts. Das ist überhaupt nicht damit gemeint. Schuld daran ist das Bildungssystem. Ja, ich meine, wer Arzt werden möchte, hat bestimmt den Hintergrund zu sagen, ich möchte Menschen helfen. Ich möchte Menschen helfen, dass sie gesund werden, etc. pp. Das Studium aber, wie es aufgebaut ist, ist rein auf Krankheitslehre aufgebaut. Du lernst ja nicht, wie du Gesundheit vermittelst. Du lernst nur, ach, wenn jemand krank ist, gib ihm das. Das heißt, jegliche Art von Diagnostik, jegliche Präventionsformen ist durch einen riesen pharmakologischen Block direkt auf Eis gelegt. Ich finde, es geht gar nicht darum, um Wissen oder ob jemand mehr weiß als der andere, sondern es geht eigentlich so um dieses Komplementäre. Ich möchte gerne, das ist so mein Ziel eigentlich oder so eine Art Bildungsauftrag, den ich mir immer selbst auch gebe, dass wir es schaffen, miteinander zu kommunizieren erstmal und vielleicht Ärzte auch dann verstehen, offen sind, wenn derjenige Rückenschmerzen hat. Interdisziplinär. Ja. Das heißt, dass die Hierarchiestrukturen sich endlich mal auflösen und alle sich auf gleicher Ebene kommunizieren. Und wenn der Orthopäde zum Beispiel sagt, ey, er findet im Rücken nichts, aber dann vielleicht überlegt, Mensch, vielleicht könnte es ja was Gynäkologisches sein, vielleicht könnte es ja was Urologisches sein oder was Gastroenterologisches. Und diesen Zusammenhang erkennt und dann auch wirklich sagt, ey, pass auf, ich schicke dich da hin, ich schicke dich da hin, weil ich bin der Meinung, das und das passt. Es geht mir eigentlich darum, was ich jetzt für ein Fazit daraus ziehe. Wichtig ist doch, dass wir es schaffen, dass wir für beide Seiten offen sind, Ärzte zu Therapeuten, Therapeuten zu Ärzten und dass wir wirklich wieder daran arbeiten, Menschen ein gesünderes Leben oder, sagen wir mal grob, mehr Lebensqualität zu geben und zwar im Verbund dieser beiden oder im Verbund aller Heilberufe mit Ärzten. Und was ich total cool finden würde, eine Reform des Medizinstudiums, dass man wirklich auch ganzheitliche Einblicke kriegt, dass man auch osteopathische Einblicke, dass auch Ärzte überhaupt wissen, was ist Osteopathie und was ist Physiotherapie. Und ich gebe das vollkommen zu Recht, ey, kann ich jeden verstehen, es gibt so viele Scharlatane in der Physiotherapie, die einfach nichts an Fortbildung gemacht haben und gucken dann während der Therapie in ihr Handy und sind auch nicht wirklich mit Leidenschaft dabei. Das gibt es bei Osteopathen, das gibt es bei Physiotherapeuten und das gibt es bei Ärzten. Aber wenn Leute adäquat miteinander kommunizieren können und man auf Ebene ist, dann ist es doch eine einfache Sache, auch Therapiemöglichkeiten zu schaffen oder Ansätze zu schaffen und auch zielführende Therapiemöglichkeiten, die dann zusammen den Patienten zugute kommen. Und ich glaube, das ist das Ziel, was wir irgendwie auch haben. Also ich zumindest, kann ja nur von mir aus sprechen, ich möchte, dass wir mehr aufeinander ein offenes Ohr haben, mal über den Tellerrand schauen und nicht nur immer so abgesteckt sind. Und das hat übrigens nicht mit Esoterik zu tun oder sowas, ja? Also ich würde mich nie als Esoteriker bezeichnen, ich würde mich eher als ein Mensch bezeichnen, der Interessen hat, in alle Richtungen was kennenzulernen. Und wenn jemand mit Klangscharen jemandem anderen hilft in seiner Krankheit, dann hat er halt recht, weil ihm geht es besser dadurch. Wer heilt hat recht, das sagt man ja. Man darf halt in dieser ganzen Diskussion einfach nicht vergessen, es geht hier nicht um Selbstprofilierung. So, ich bin der Arzt, ich bin der Osteopath, ich bin der Meistertherapeut. Wir verlieren alle so ein bisschen die Demut am Patienten, wir arbeiten immer noch am menschlichen Körper. Und der Respekt, ich finde, der bleibt auf der Strecke. Und da drei Worte, die ich zum Schluss einfach extrem wichtig finde, die sind für mich noch mehr in den letzten zwei Jahren oder drei Jahren flöten gegangen. Das ist Mitgefühl, nennen wir es Empathie. Das ist Respekt und das ist Eigenreflexion. Und diese drei Dinge, finde ich, sind extrem verloren gegangen und wir sollten wieder weg von dieser Ich-Gesellschaft hin zu einer Gemeinschaft. Und dazu zählt Kommunikation, Mitgefühl und Respekt jedem gegenüber. Ich hätte es nicht besser sagen können. Deshalb. Ja. Danke, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung. Danke, dass du da warst.